Drauf, komm schon! So, und jetzt nur noch warten. Nur noch warten, komm! Mach den kaputt, mach den Dino-Drachen kaputt, Mann! Okay, wir warten. Mal schauen. So, Drauf, komm, komm, komm! Komm schon, zwei Hits, zwei Hits! Nein! Ey, das kann doch jetzt nicht echt... Kann doch jetzt nicht wahr sein. Nein, falsche! Ohne ein Karo! Go, go, go! Jetzt aber, jetzt aber! Komm, komm, komm! Komm, wir haben gute Chancen! Drauf, drauf, drauf! Jawohl! Yeah! Sehr schön! Und, sind wir wieder in Arena 5? Ist das Spiel wieder abgeschmiert? He! Ist das ein Bug vom Spiel oder... Ich weiß es nicht! Ich weiß es wirklich nicht! Nee, wir sind immer noch in Arena 4! Nee, wir sind immer noch in Arena 4! Der geht voll auf Angriff! Trigter. Trigter. Gebe ich ihm. 35 Punkte. Sehr schön. Und wir sind wieder in Arena 5. Guck mal da. Öffnen. Lasst uns mal eine Truhe öffnen. Was eigentlich... Macht das eigentlich auch nur wegen dem Gold. So, jetzt haben wir die Chance eine Truhe wieder zu bekommen. Aber ich mach mal die 8er hier auf. Dann kann ich die morgen früh aufmachen. Ah, das ist sehr schön. Sehr schön. Wie ich vom Handy livestreame? Glaub mir. Das wüsstet ihr wohl gerne. Ne, werde ich leider nicht verraten, weil nie. Es tut mir echt leid. WLAN Probleme. Hey, hat das jeder oder wie sieht das aus? Der Wutzauber steigert die Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit. Wutzauber. Warum haben wir WLAN Probleme? Ich verstehe das nicht. wie sind jetzt? Tee Time TNT. Willkommen. How are you? Football Leon Willkommen Willkommen Ah Ach Braut da sowas raus Nee 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 Komm Dann gehen wir auch voll auf Angriff Bis er will, hab ich schon Komm schon Ich bin mit Elixiere Ich kipp die Elixiere Bam Das ging ja mal schnell Es sind nicht 7, es sind 8 Silbertruhe Fuck Ey und schon wieder hängen wir bei 92% Was stimmt nicht mit dem Spiel? Ehrlich, was stimmt nicht mit dem Spiel? So, leider müssen wir 8 Stunden warten, bis wir die Goldruhe aufmachen können Zwei seltene Titan TNT, thank you for your hosting Ey komm schon Jetzt aber Ey komm schon Bam Ich kipp euch alle Ich kipp euch alle Ich kipp euch alle Komm noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen Sauber So Pika, los, 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 los Die kleinen grünen Männchen auch hinterher So, Pika einmal draufhauen Bam 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 34, sehr schön Guck mal Seht ihr mal besser? Ein bisschen Aber Ein bisschen Aber nur ein bisschen Aber nur ein bisschen Ach, Skelett Bombenskelett Ja, den Wichser müssen wir kaputt machen Ach, der hat nen Legendary Die erste Legendary die ich sehe, ohne Witz Ungelogen Du Wichser Der, der hat Spiegel Der hat nen Spiegel Der hat nen Spiegel Ich will auch nen Spiegel Ey Ey So gewinne ich nie, glaub mir. So gewinne ich echt nie. Jetzt explodieren wieder alle. Bäh, am wenigsten ist ein Pfeil noch abgeschossen. Mr. Tileife, willkommen zurück. Der, der, der holt da jedes Mal sein scheiß Skelett raus, ey. Ich glaube, der steht auf Skelett oder so. Ich glaube, der ist ein Pfeil noch abgeschossen. Tano, jetzt nicht wahr, dann ja gleich. Ich will einen Spiegel haben. Ohne Witz, ich will einen Spiegel haben. Ey, der holt da schon wieder sein Ding raus, ey. Das war ein bisschen zu früh. Scheiß drauf, voll auf Angriff, ey. Könnt jetzt eh nix. Ach, der kann einfrieren, oder was? Ey, wie kann der so schnell alles holen? Hat er vielleicht noch 5 Karten drin, oder wie sieht's aus? Ohneeeh. Vielleicht er hat nur 5 Karten drin, kann er sein? Kann man überhaupt nur 5 Karten drin haben? Oh, ich brauch doch nur einen, der da hingeht. Unentschieden. Opfer. Hat schon Legendary... Kippt mich doch. Zockers PvP-Style. Willkommen. Das freut mich, das freut mich auf jeden Fall. Zocker. Zockers. Na? Irgendwie haben wir wieder keinen Sound. Komme ich da irgendwo dran, oder so? Keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen jetzt mal ohne Sound spielen. Tut mir leid. Wir müssen echt ohne Sound spielen. Warum hat er jetzt auf einmal keinen Sound? Check die Lage. Wir haben keinen Sound. Wir haben keinen Sound. Geil. Wir haben keinen Sound. So. Komm, drauf, 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 drauf. Noch... Warum haben wir keinen Sound? Macht den noch kaputt. Macht den noch kaputt. Ich denke mal, Sound kommt gleich. Wenn wir verlieren. Der macht mich kaputt. Ehrlich, das ist... Dann. Vielen Dank.